Sportlich soll es bei Sami Khedira in Turin bergauf gehen, privat hat ihn jedoch scheinbar das Glück verlassen. Nach einer verkorksten Saison bei Real Madrid wechselte der 28-Jährige mit der Aussicht auf mehr Spielpraxis zu Juventus Turin. Doch Khediras Verlobte Lena Gerke will diesen Weg offenbar nicht mitgehen. Nach vier Jahren Beziehung gaben das Topmodel und der Weltmeister jetzt ihre Trennung bekannt. Auf Khedira wartet in Turin also ein doppelter Neuanfang. Auf Khedira wartet in Turin.